Feierabend! Herzlich willkommen! Einen schönen Donnerstagabend wünsche ich Ihnen und Euch hier in Bad Mergentheim bei der Lurz GmbH. Die letzte Distelhäuser Feierabendparty steht an. Seit letzter Woche feiern wir die schönste Party der Welt. Heute mit Euch. Wir sind sehr gerne zu Euch gekommen. Es ist immer schön in die Main-Tauber-Region zu fahren. Wir wissen auch aus der Erfahrung raus bei Radioton, dass die Menschen in Main-Tauber-Kreis ordentlich feiern können und wissen, was ein ordentlicher Feierabend ist. Deswegen heute hier mit Euch. Wir haben natürlich die Kollegen von Distelhäuser mitgebracht. Die versorgen Euch mit allerlei leckerem Pilz und Hefeweizen für all diejenigen, die noch Auto fahren müssen und vielleicht auch sagen, ich möchte heute lieber was ohne Alkohol. Da gibt es zum einen das alkoholfreie Bier. Ist auch eben sehr zu empfehlen. Und die Distelhäuser Fassbrause möchte ich Euch ans Herz legen. Das ist das Sommerspecial 2013. Schmeckt hervorragend. Soweit zu den Getränken. Wir haben den besten Musikmix aus vier Jahrzehnten mitgebracht für Euch, wie Ihr das von uns gewohnt seid. Und es gibt Partyspiele. Es sind vier an der Zahl. Wir fangen gleich an. Jetzt brauchen wir noch den Chef, den Herrn Lurz. Wo ist der denn aktuell? Herr Lurz, was hat die Belegschaft gesagt, als es hieß, die Distelhäuser Feierabendparty kommt nach Bad Mergentheim? Einfach klasse. Wir feiern mit. Wir machen Party hier heute. Heute Morgen kam, bzw. heute Vormittag kam die Entscheidung. 11.20 Uhr rief Erik Patun von uns an und hat das Ganze verkündet. Haben Sie es bis dahin erwartet oder war es doch eine große Überraschung? Also, so eine gewisse, so eine kleine Erwartungshaltung ist da, weil man freut sich ja riesig drauf. Aber letztendlich war dann die Überraschung doch groß. Herr Lurz, wir legen jetzt los mit unserem ersten Partyspiel mit dem Maßguckstamm. Also, Helmut, da kannst du dich vertraut machen mit den Maßkrügen. Wolfgang, da auch für dich die Maßkrüge. Einmal zu unserem Siegertreppchen. Jetzt kann ich das machen, was ich eben schon vorhatte. Und mir die erste starke Frau suchen. Die hier so lang von der Bank rutscht, bis sie auf dem Boden sitzt. Ich hab noch ein bisschen Ausdauer. Habt ihr die Regeln alle verstanden? Dann bitte einen großen Applaus für eure sechs Maßkrüge-Stämmer. Jetzt geht's los. Maßkrüge-Stimm, Disclosure, Feierabendparty. Ich sag auf die Plätze, fertig, los. Das ist das, was ich jetzt. Und 25 sind im besten Fall. Jetzt geht es darum, der... Oh, 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 und jetzt müssen wir den Helmut rausnehmen, da ist das Bier ausgelaufen. Damit hat Wolfgang gewonnen. Großen Applaus, also das war respektabel. Der Vettel unter den Maßguckstämmern. Herzlichen Glückwunsch auch an dich, dein Preis von Distelhäuser und dein Siegerschiff von Radioton. Walter, du hast dir gedacht, heute Feierabendparty wird ganz entspannt, muss ich nicht viel machen, habe ich recht? So ungefähr, ja. Ja, so schnell kann man sich täuschen. Walter, du bist mit dabei, herzlichen Glückwunsch. Gummisch, Stiefel, Zielwerfen ist deine Paradedisziplin heute Abend. Großen Applaus für eure Teilnehmer beim Gummistiefel-Zielwerfen. Nico legt gleich mal los. Gummistiefel-Zielwerfen Gummistiefel-Zielwerfen Jetzt bist du auf dem zweiten Platz, bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Auch du bekommst deinen Preis von Distelhäuser und dein Siegershirt. Und der beste Werfer im Komisch-Diefel-Ziele-Werfen ist Günther. Großen Applaus. Günther, herzlichen Glückwunsch von mir. Bitteschön, das ist dein Preis, das ist dein Sieger-T-Shirt. Also, vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Wir machen den ersten jungen Mann. Haben wir schon, wer bist du? Der Lukas. Lukas, wie alt bist du denn? Neun und morgen werde ich zehn. Du hast morgen Geburtstag. Mensch, und? Große Party schon angemeldet, Freitagabend? Ja. Wie viel kommen? Ähm, sechs. Sechs, die besten Bräune wahrscheinlich. Der Herrmann. Probier dich aus. Großen Applaus für Uli. Wie heißt du denn? Leon. Leon, sehr schön. Und weil ihr heute Abend hier Gäste seid, darfst du in Vertretung mitmachen beim Bobbycar-Rennen. Komm mal mit mir mit. Großen Applaus für Markus. Einmal das Hefeweizen dem Kollegen geben. Also, heute Abend sind wir mit allen verbündet. Bobbycar-Rennen bei der Distelhäuser Feierabend-Party. Ich sage, auf die Plätze, fertig, los! Freitagabend-Party. Alles Gäste seid, bordst du in Vertretung mit dir. Schöpdi in Vertretung mit dir. Die Plätze sind in Vertretung mit dir. Ich sage, auf die Plätze sind in Vertretung mit dir. Sie ist ja kein Problem. Ich sage, auf die Plätze. Ich sage, auf die Plätze sind in Vertretung. Schöpdi-niejsaalend. Musik Karolin, herzlichen Glückwunsch! Schau einmal, du bekommst ein Disselhäuser Badetuch und ein Siegert-T-Shirt. Das sind eure drei Gewinner. Großen Applaus! Dankeschön! Und jetzt kommt die Sonne raus. Sie machen mit beim Eist-T-Shirt-Contest, habe ich gehört. Ich habe gar nicht zugehört, wenn es geht. Ich erkläre es Ihnen sofort, aber Sie dürfen schon mal mitkommen. Da findet das Ganze statt. Das ist das gefrorene T-Shirt. Also, los! Ja, und da wird gleich mal männliche, rabiate Gewalt eingesetzt. So kennen wir das. Zum Glück sind die T-Shirts. Ich kann es nicht vollkommen, weil es geht. Du bekommst ebenfalls dein Siegert-T-Shirt und einen Preis von Disselhäuser. Und auf Platz 1 der Oliver. Großen Applaus, herzlichen Glückwunsch! Dein Preis, dein Siegert-T-Shirt. Das sind eure Gewinner. Das ist Eist-T-Shirt-Contest bei der Disselhäuser Feierabend-Party. Das vierte und zugleich letzte Spiel. Dankeschön fürs Mitmachen. Euch nochmal herzlichen Glückwunsch! Der Herr Deppisch steht jetzt hier bei mir und der hat sich, wie ich gehört habe, für die Disselhäuser Feierabend-Party beworben. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir haben es aus dem Radio erfahren, dass ihr so ein tolles Programm hier aufzieht. Und ich bin da eines Morgens runter ins Lager und habe die Jungs gefragt, habt ihr Bock, eine richtig tolle Party zu feiern? Und dann haben die auch noch gesagt, ja. Dann haben sie gesagt, okay, ich melde uns an und wehe, ihr macht nicht mit. Das war so die ganze Geschichte. Und wir haben uns dann angemeldet im Internet und sind dann spontan eben ausgewählt worden. War eine riesige Freude. Und wir haben das jetzt heute auch sehr gut zusammengebracht, kurzfristig mit 100 Mann hier an eine Party zu feiern, finde ich riesig. Also das Highlight ist ganz sicher, wie das so hier reihungslos funktioniert hat, wie die Menschen hier sympathisch sind, egal ob das von Dichtel sind, ob das Radioton ist. Es hat eigentlich wunderbar funktioniert. Auch die Mitarbeiter haben ganz toll mitgemacht, haben hier im Vorfeld organisiert, den ganzen Tag schon gemacht und gerödelt. Also muss ich sagen, es hat wirklich eine ganz tolle Party. Untertitelung des ZDF für funk, 2017